Servus Leute, heute habe ich einen sehr ausgefallenen Raid für euch auf Lighthouse und zwar war ich beim Lightkeeper, da die Insel looten und habe mir Sraki als Feuerschutz gemietet. Das Ganze kostet ca. 750.000 Rubel umgerechnet und kriegt man, wenn man die vorletzte Lightkeeper Quest gemacht hat, die mit den 50 Kills of Streets. Und Sraki kam zum Einsatz, er hat mir Feuerschutz gegeben und der ein oder andere hat sich sicherlich umgeschaut und sich gefragt, warum er da jetzt gerade gestorben ist. Und dann gab es noch hier und da ein paar Roleplay-ähnliche Elemente. Danke an VoIP an der Stelle, aber ich will nicht zu viel spoilern. War auf jeden Fall ein Raid, der sehr unterhaltsam war und sehr ausgefallen und am Ende sah so aus, als hätte ich eigentlich gar nichts gemacht, aber es war extrem lustig. Schaut es euch an, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, bitte gib mir einen guten Spawn. Der Spawn ist nicht ganz scheiße, dem kann man arbeiten. Jetzt darf mir hier bloß keiner in die Quere kommen. Hier ist ja garantiert einer gespawnt. Hier spawnt immer einer. Musik 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 Gefährlichste Stelle hier, weiß er. Ich seh nicht mal, wo er ist, ey, ist so dunkel. Ich komm gleich mit Zraki wieder, war der einfach da, okay? War das ein Schuss, oder war das die Scheißnade? Sam, Servus. Kein Looten durchziehen. Kommt man seine zwei Gards eigentlich auch mit? Das wäre auch nice. So eine kleine Armee hätte schon was. Lass ich kurz schauen. So, dann geben wir ihm mal ein paar hunderttausend Rubel. Schauen wir mal, was geht. Na, was kostet es so 500.000 für die Flash Drives? Ja, sagen wir mal so 750.000. Kostet mich das jetzt, den zu mieten? Das ist ja auch hier. Das ist ja auch hier. Jetzt schauen wir mal. Gekauft ist der Service. Das war's jetzt oder was? Ich dachte, jetzt kommt das Raki an. Ich habe das Raki freundlich gekauft. Wo ist der? Ein bisschen unspektakulär. Ich wurde gescammed. Der hat einfach eingesackt. Gescammed vom Leitgeber. So, wo ist der jetzt? Raki? Sag bitte, du läufst mit mir mit. Der läuft nicht mit mir mit. Wie der wartet vor der Tür. Weiß das jemand, wie das funktioniert? Nicht mindestens. Wir müssen noch ein Wart zu machen. Ich kann auf jeden Fall an ihn rangehen. Angel, save us! Angel, save us! Der bewegt sich nicht. Ah, das ist ja brunzlangweilig, Mann. Der hilft mir bloß von der Insel runter zu kommen, oder? Ah, das ist ja langweilig. Ich dachte, der läuft mit mir mit. Über die Map so. Der covert mich nur, wenn ich beschossen werde. Und wenn ich hier runter laufe. Och, ist das langweilig, ey. Das wäre krank OP. Das wäre angemessen. Oh. Moment. Yeah, yeah, yeah. This guy is gonna get fucked. I just bought Zeraki, you know. Oh, good, good, good. War doch noch lustig. Come in here. How are you? All good? I'm all good. You just got everything, sir. Where is this guy? Do you know it? I have no clue, but I think he's towards, like, that side. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I just bought Zeraki. So Zeraki is on my side right now. So when I'm walking out, he's gonna get, yeah, shot, I guess, when he shoots me. Yeah, I'm not sure how it works. All right. Good luck. Yeah, you too. Ich kann doch noch kurz looten. Schnell die wichtigen Räume. Dann gehen wir raus. Der schießt nur auf Leute, die auf mich schießen. Ja, ja, ich weiß. Ich will das testen. Ich will das testen. Mal sehen. Mal hingehen. Mal sehen, ob der auf mich schießt. Weil jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Der Affe, Scholle. Okay. Schießt auf mich. Anonyme Storms. Vielen Dank für den Follow. Willkommen. Schießt auf mich. Schießt auf mich. Die leben noch, ne? Wenn der First-Shot-Header ist, dann stirbt er vielleicht trotzdem. Aber, keine Ahnung. Jo, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Er schießt nicht. Also, ich glaube nicht, dass der das überlebt, um ehrlich zu sein. Wenn der mich jetzt abknallt. Hey, Killer-Cole. Ganz gut, wie es bei dir. Neowon, dann erschießen die mich. Und ich verliere Zugang zur Insel. Und muss den Zugang neu frei festen. Abwarten, dass dein kleines... Oha. Dann alles Gute. Mein Glückwunsch. Das liest man ja auch nicht alle Tage. Hast du... Also... Ist Streamshauen jetzt das Richtige? Ich bin mir nicht sicher. Nur so mal angemerkt. Reminson. Leute, was machen wir jetzt das? Also, das war ernüchternd. Das Raki ist auf meiner Seite. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich da vorne irgendwo rumhüpfen. Und das mal ein bisschen nutzen, ne? Na gut, geh mal raus hier. Silent Clouching, wo die Gepritsche? Keine Ahnung. Ist auch für mich nicht wichtig, um ehrlich zu sein. Deine Ahnung. Keine Ahnung. Komm schon, Zracki. Wieso schießt du nicht? Er schießt. Er schießt. Moment. Die Wache schießt. Die Wache schießt auf jeden Fall auf die Leute. Ich hätte einen Sniper mitbringen sollen. Hätte ich gewusst, dass das so ist. Die wundern sich jetzt, warum der auf die schießt. Reporten das als Bug. Der wird die Welt nicht mehr verstehen. So viel ist sicher, ja. Da liegt er, da liegt er. Gib ihm. Da ist noch einer. Ich muss bloß in die Richtung ballern. Und der Rest regelt. Da oben ist er. Ah, ist ein normales Gash, okay. Shit, Mann. Ich will wissen, ob der hier tot ist. Aber eigentlich, sobald der Eimer von mir angeschossen ist, dürfte er keine Chance mehr haben. Sobald er sich wieder zeigt für so eine Wache, geben die ihm. 100 pro. Yo, dude. Das ist irgendwo hier. Rucksack. Ja, nicht so wichtig. Ich will sehen, also, ob ich den einen da hab, ey. Jetzt ist halt Ruhe hier, ne? Okay, hier ist nix mehr. Ah, hier unten sich hinlegen, ist eigentlich auch ganz angenehm. Kann ich sagen. Giovanni. Hallo, Mumba. 07. Hab ich die Ehre? Dude. Hello. Das ist noch nicht raus. My friend. Von der Insel darf man runterschießen, ja. Ich bringe desnächstes mal eine AXMC mit. Für etwas mehr. Ne? Akku- Oder eine MK18 eignet sich da, glaube ich, ganz gut. Ich muss ja bloß in die Richtung schießen. Und dann Zraki mieten und dann Leute abschießen. Musst du bloß anschießen und den Rest macht der. Sauwitzig eigentlich. Aber das wäre zu OP, wenn man ihn mitnehmen könnte. Will ich das Geld echt normal ausgeben? Für irgendwas muss man sein Geld ausgeben. Findest du nicht? Hier kostet es so 750.000. Drei Military Flash Drives und 2.000 Dollar. War auf jeden Fall ein größeres Kopf. Ich dachte halt echt, der läuft mit mir mit, ne? Wo hab ich denn hingedacht? Ja, ja. Im Tag auf gibt's krasse Inflation. So, ich frag mich, wo mein Typ hier ist. Mach... Mach dich halt nicht arm. Als ob, ey. Von Zraki eskortiert werden, das ist schon ein ziemliches Luxusgut, ne? Ist nice. Man kann's natürlich so machen, ne? Man kann hier auf die Insel Looten gehen und das Zeug fürs Cover mitbringen und wenn sie's lohnt, dann macht man's. Wisst du, was ich mein? Wir laufen jetzt auf jeden Fall darüber und schauen, ob wir da welche haben. Weil ich müsste eigentlich, die komplette Küste entlang, müsste ich eigentlich von Zraki geschützt sein. Durch Zraki. Ah, er ist runter. Ich könnte ihm natürlich in den Rücken schießen und Zraki erledigt den Rest. Dann weißt du, wer es war. Wo ist er? Im Prinzip muss man dem Guten bloß vor... Oh, oh, oh. Davon ist er. Ich komm. Wenn der auf mich schießt... Ich helf ihm. Ich helf ihm. Ich helf ihm. Ich helf ihm. Yo, dude. This guy is gonna get fucked. Yo, man. Where are you? I see you on one set. Yeah, yeah. When he shoots me, Zraki shoots him. Oh, okay, okay, okay. So, I'm gonna bait. You can get it. I hope he doesn't headshot me. Okay, okay. And that's the deal, all right? Yeah, he has bad bullets. He has bad bullets, all right. I'm gonna run. And I wanna see what happens, okay? You can wait here. I come back or I die. I don't know. Wait, man. What's your name? I'm Hentai. Good luck, man. Show me, show me. Just greet me real quick, then I see it. Yeah, yeah, nice. Yeah, yeah. Let's see, let's see. Let's go. Oh, there he goes. There he goes, man. There he goes. He's dead, he's dead, he's dead. Yeah, I know. That was Rocky. Look at me. Do you see where he's dead? Yeah, I saw where the shots came from. I saw where the shots came from. I can shoot at his dead body if you want. That's so cool. Dude, that's nice, man. Not gonna lie. He's right there. He's dead. All right. That's so cool. Let's go together, all right? We're friends. Do you have a CMS? A CMS? Yeah, of course. I want it back, though. But use it. Yeah, of course. Of course. Ah, this is really good, eh. Perfect. Did you give Zirachi the blue intel? No, I gave him three military fresh drives and $2,000. It's like you have to kill the 50 PMCs. Yeah, yeah. Oh, you fucked up. This is nice, eh. Let's go see what he has. Yeah, yeah, let's go. Fuck this guy up. He doesn't understand what's going on. You can take out your gun. I trust you, all right? You will get shot anyway. Okay, I trust you too, man. Yeah, that's true. Nice. I heard a Zirachi's guard shoot him and I was so confused. Yeah, yeah, he shot other guys on the left side for me already. Yeah, okay. I was shooting people from the island and then they killed them. Wenn er mich umballert und ich in Reichweite von Zirachi bin, dann ist er tot. He doesn't understand what happened, I'm pretty sure. Probably not. That's good. What even is that? Hazard 32, his name. You should have asked the chip. You can have the gazelle, I don't want it. Are you sure? Yeah, I play a defender, you know. Oh, that's so funny. If you want, you can... Wait, guys, wait, let me shoot them. Let me test. This guy, this guy. You can make me like them, though. They're in the woods. Yeah, I don't think they are shooting them. No, I don't think it would. You can add me in-game if you want to see my point of view later, if you're interested. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I'll do that. Wait, can you wave at me? And then I'll clip it. Got it? Yeah, yeah, I got it. All right, dude. I'm gonna loot my guys. I shoot there. And I see you around, all right? All right, yeah, see you, man. Have a good one. See ya. Ah, ich... Er ist so gut, man. Ich liebe es. Ich liebe es. AirDrop auf die Insel, das geht leider nicht. Eieiei, ey, ey, ey. Er ist so richtig gut. Hat am Anfang nicht so gut... Aber... Da kommt der Typ unter Feuer an? Das ist so eine richtige, keine Ahnung, eine richtige Story-Runde, die wir hier haben. Was zur Hölle? Das ist, keine Ahnung, das mit VoIP gepaart, richtig nice. Oh, auf einmal geht hier... Wow. Wow, nein, jetzt nicht. Ich kriege Packet-Loss. Ey. Ey. Der Server kackt ab. Hör auf. Ich mein, ich bin sicher hier. Oh, Packet-Loss geht wieder runter, okay. Fast. Tarkov RP soon. Das wär auch ein guter YouTube-Titel. Tarkov RP. Der Typ war klasse. Ja, ja. Tarkov RP. Ich glaube... Er schießt ihn. Er wird erschossen. Geil. Man musste bloß markieren, die Jungs. Wenn's Raki schießt, hört man's nicht. Wisst ihr, was ich mein? Killt bei Sektant. Nice. Ciao. Er hat sogar die Tiger. Killt bei Sektant. War auch mein Kill. So, und der Rest ist bloß... Ja, heute läuft's aber mit dem Wipen, ne? Auf geht's. Aber wir können auch die anderen anschauen. Ich glaub, das andere waren Players, Geil, ne? Gute Aktion. Gut fürs Karma. Ja, die Typen haut's um. Ey. What? Ah, what? Hallo? Hä? What? Okay. Er öffnet doch was Neues. Hä? Ähm. Wo ist der Typ, den ich hier ange... ange... ...pinkt hab? Der muss hier hinten sein. Das war kein Players, Geil. Der Typ muss... Wo ist der? Da liegt er. Ne. Wo war der da? Ne, ist auch ein Scaf. Hey, wo ist die Spear her? Wo ist die Spear her? Wo ist die Spear her? Der, der ist nicht von den Raid. Habe ich dem wirklich den Raid versaut, während er eine Spear hatte? Ei. Ja. Ja. Okay. Gut. Ich dachte eigentlich, der sah mir so logiert aus. Deswegen dachte ich, okay, wieso hat er denn eine Spear? Ja, ja. Ich dachte, warum hat er eine Spear? Der sah mir so logiert aus. Deswegen hat er erst mal überhaupt nicht zusammengepasst. Also. Lightkeeper hat Unterhaltungswert. Die ist richtig runter, ja, das stimmt. Ja, ich kann sie jetzt vom Trader kaufen, aber trotzdem Geld ist sie wert. Na ja, zwei Sraki-Kills und einen neuen Freund gefunden. Schöne Runde. Farewell, mein Freund. Danke für die Rückendeckung. Dafür, dass es am Anfang recht ernüchternd war, dass er nicht mitläuft. Ob mir die Kills angerechnet werden? Nee, natürlich nicht. Das sind nicht meine Kills. Das sind nicht meine Kills. Ja, ja. Also, wenn man auf die Insel geht, sollte man einfach immer das Zeug dabei haben. Aber. Wenn. Dann ist das eine gute Sache. Also, das war schon ein guter Testlauf. Die Spieler werden sich fragen, was abgeht und erst mal ein Bug-Report machen. Ganz ehrlich, wieso schießt Raki auf mich? Das ist so, ja. Moin, Greepster. Moin, Greepster. Moin, Greepster. Ihr dürft den Zweiten, die ich gekillt habe, dürft, äh, könnt ihr ja schreiben, was Sache ist. Wenn ihr wollt. Gleich nochmal, ja. So, machen wir erstmal Hallo YouTube. Was sagt er dazu? Sicher, sicher. Hallo YouTube. Nichts gemacht, die Runde. Drei Scafs gekillt. Aber eigentlich, ähm, war es eine recht, äh, recht interessante Runde. Oder? Was sagt ihr? 240 Meter, bin da nicht da weggeschossen. War trotz alledem recht interessant. Mega gut. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Glocka. And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again Vielen Dank.